Und da ist ein Boss, oder? Hey, hey, hey! Hey, wie geht's dir? Warum sieht der so... Nein! Woah! Was?! Ich hoffe, ich bin richtig, Chad. Wegrennen kann ich von dir nicht, oder? Ich habe nicht einen Trank, Chad. Okay. Ist das... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Kann ich fliehen vor dem? Kann ich auch wieder weggehen von dem? Nein, oder? Ich bin eh gleich tot, Chad. Ja, ja. Hey, Chad, ich habe nicht einen Trank. Das ist safe, nicht der richtige Weg. Boah! Das ist neu! Das war neu, Bro! Das kannte ich nicht. Das war einfach neu. Das war einfach fucking neu, Alter. Vielleicht ist der doch nicht leichter, das Magret. Magret. Der haltet halt... Ja, und er trifft mich halt alles von dem. Der haltet halt auch viel mehr aus als Magret. Ich weiß nicht, ob ich noch leveln soll. Ich wollte mir kurz ein Entity. Eins, zwei, drei, vier... Und jetzt eigentlich? Das war ein bisschen Glück auch, muss ich sagen. Eins, zwei, drei, rollen! Eins, zwei, drei, rollen! Waaaaaah! Du Huren! Zu früh! Ja! Nein! Ja! Waaaaaah! Jaaaaaaah! Aber ich werde besser, ich werde besser. So ein Dreck. Okay, Chad. Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen zu schwach für den Boss oder wir müssen die Mechanics noch ein bisschen lernen. Aber das war aber... Eins, zwei, drei, vier, rollen! Eins, zwei, drei und rollen! Ah, ja! Ah, ja! Das war's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind eigentlich gut dabei, aber irgendwie auch nicht. Das ist irgendwie so, 50% haben wir vom Boss schon. Wobei es kommt dann ja nochmal die zweite Phase und wir haben die noch. Es kann nicht sein, dass wir die zweite Phase noch nicht einmal angehittet haben, oder? Okay. 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 Jetzt habe ich ihn, ja, was habe ich ihn genommen? Ein Sechstel, ein Achtel Leben, würde ich sagen. Okay. 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 Nein, du Hure! Was? 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 Was passiert jetzt? Was macht er? Was macht er, Chat? Er hakt sich die Hand ab? Ist das nicht besser für mich? Was? Hä? Habe ich jetzt gewonnen? Ist es jetzt vorbei? Gib da auf! Oh, ich bin zu... Oh Gott, ich bin zu schwach, ich gebe jetzt... Nein! Nein! Sag jetzt nicht, irgendwas Fliegendes kommt! Mann! Hör mir doch auf, Chat! Hör mir doch auf! Nein, bitte nicht! Kein Feuer! Kein Feuer, Chat! Klar! Oh Gott! Mann! 清 Partf s Award! Leute! Scheinbedecktens! Sie ist aus! Ich leb noch, ich dachte, ich bin tot. Naja, also jetzt haben wir 50% vom Boss geschafft, Chat. Da könnt ihr jetzt nix dagegen sagen, oder? Was zum Teufel soll ich da machen? Was zum Teufel soll ich da machen? Hä? 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 Ist das dein Ernst? Was soll ich dagegen tun? Ich glaube auch, am Anfang muss ich, bis er sich beruhigt mit dem Feuer, ich muss halt schauen, dass ich so clean wie möglich... Das verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich nicht! Jede Runde ist es dasselbe! Ich renne auf ihn zu, er zieht von hinten und ich überrolle es einfach und es trifft mich einfach manchmal nicht. Nicht gierig werden. Das war gut, das war gut, Chat. Zwei Hits und nicht gierig werden. Ja, oder einfach hängen bleiben irgendwo. Aber ich könnte es auch ganz guuuuut! Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe... hier einen Heiltrank schon verschwinden. Eigentlich müsste jetzt der perfekte Run kommen, passt auf! Zwei Hitschrecherchen Zwei Hitschrecherchen Zwei Hitschrecherchen ARD Title Eigentlich so dumm, dass ich jetzt zwei Tränen gebraucht habe. Eigentlich hätte das alles auch ohne funktionieren müssen. Das war's für mich. Drei Tränke, Chat. Drei Tränke. Drei Tränke haben wir, Chat. Eigentlich vier, sogar. Eigentlich vier. Das sollte jetzt unser Run werden. Nicht gierig werden, Chat. Wir spielen das langsam runter. Wir spielen das langsam runter. Man, woher soll ich wissen, dass das hittet? Warum hittet das? Was? Ich kann nichts machen. Vielleicht muss ich close bleiben, damit er das gar nicht aktiviert. Ich probiere es mal. Ja, das ist es, Chat. Oh Gott. MAAABS! 1 2 3 daneben 1 2 3 und drehen 1 2 3 zu früh ja du Hurensohn-Battle du Hurensohn oh 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 und wir hassen dich du kleine dreckige Made kleine dreckige Morde 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 dreckige kleine Made ich mariniere dich ich mariniere dich ganz verreich ja wenn ich nur wüsste wie die wie der das timet ja alles einfacher ich möchte eigentlich gar nicht von ihm weg ich möchte eigentlich so nah wie möglich immer bei ihm bleiben eigentlich aber ha 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 du bist zu früh ja ja du bist zu früh ja ich lieb's doch wenn du tot bist du kleine mistige Morde ja es ist so schön wow langsam baut sich Aggressionen auf richtig große Aggressionen ihr fragt euch sicher woher stammen sie ihr wollt es aber ja Gott ich kenn die Attacke doch schon und ich konnte sie doch immer so gut wie kann das sein dass ich drauf reinfalle dass ich sie nicht perfekt mehr time dieses Timing von diesem Drecksboss alter macht mich doch so aggro man Nein Nein ich möchte meinen Controller zerstören ich möchte viele Sachen kaputt machen gerade aber ich machs nicht ich spreche es nur verbal aus aber ich würd nie was zerstören zerstören hat keinen Sinn wir zerstören gar nix gar nix bei mir brennen alle Sicherungen durch es ist schwarz es ist rot es ist schwarz rot schwarz rot rot schwarz oh ja oh ja wieso das Ding ist ich wusste was er macht und ich hab wegrollen gedrückt könnt ihr euch das vorstellen Chad wenn dieses Spiel einfach nur das nehmen würde was ich drücken würde in dem Zeitpunkt aber nein das Spiel denkt sich oh wenn du ne Minisekunde zu früh oder zu spät drückst dann ist das nicht möglich also wenn du dein Leben wenn du auf wenn du dich gerne selbst mach also weißt du selbst kaputt machst gerne das ist eine Empfehlung von mir Schwarz ihr Seile du du Puck du aber du 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 Geht doch mal ganz nah ab zu ihm. Ich glaube, meine Hand ist tut weh. Ich hab den Chat gelesen! Ich hab den Chat gelesen! So. Jetzt macht er, weiß ich nicht, macht das am Boden, macht das nach vorne, macht's am Boden, oder? Ich check's nicht, was ist das jetzt, was ist das nach vorne rollen, gegenrollen, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Er macht das über die ganze Map! Kurz Nachbar da gewesen. Ich schau mal, ob ich irgendwas zu trinken habe, oder so. Ist das jetzt am Boden, ist es jetzt? Ja, ja, ja. Wohin jetzt, wohin jetzt, wohin jetzt, wohin jetzt, wohin jetzt, wohin jetzt, wohin! Ja, ich roll jetzt einfach nur zu ihm vor. Ich roll jetzt einfach nur noch in ihn rein. Ich roll jetzt nur noch in ihn rein, ich hab keinen Bock mehr. Ich klebe einfach nur noch in ihn. Keine Ahnung, wenn ich tot bin, bin ich jetzt tot. Ich geh da einfach rein, das ist, äh, es ergibt einfach keinen Sinn. Es ergibt auch einfach keinen Sinn. Ah, es ist so bodenlos, Chat. Es ist einfach so bodenlos. Meine Nerven gehen alle einfach flöten, also wirklich alle gehen grad flöten, das ist schlimm. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durch halt, Chat. Ey, wir sind jetzt vier Stunden in dem Boss-Fertfest, wobei, 40 Minuten haben wir just chatting gehabt. Ich hab'n dick Schaden gemacht, auf jeden Fall, Chat. Neeeein! Neeeein, bitte! Lenny, mit dem Tetra! Holy fucking shit! Unter der Brücke, f*** dich! Hallöchen, ihr süßen S.A.S. 04. Der S.A.S. 04. Lenny, du bist die Beste! Ich bin Kind von dir. Ich hab noch gelebt, ich hab noch gelebt! MAAAAN! 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 S***! Alle Tränke hatten wir. Da muss ich eigentlich ausweichen, weil in der großen Form trifft er mich dann mit der Hand. Das ist die heftige Attacke? Na. Also diese Bayblade-Attacke, die echt schwer zu treffen ist. 1, 2, 3 und rollen! Zu früh vielleicht! 1, 2, 3 und rollen! Zu früh vielleicht! Zu früh vielleicht! 1, 2, 3 und rollen! Ja, da muss ich lernen, auf jeden Fall weg zu rollen, auch wenn es nicht... 1, 2, 3 und rollen! ... 1, 2, 3 und rollen! Egal, ich habe die Tränke, egal. Vorne habe ich die Tränke nicht gebraucht. Jetzt brauche ich sie. Eins, zwei, drei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, warten. Eins, zwei, drei, rollen. Zu früh vielleicht. Getränk, Getränk, nimm den Getränk. Geil, haben wir noch. Nein! Getränk nehmen und hinrennen, 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 rollen. Oh, der hat die lange Hand, Achtung. Ja, genau, er schnappt nämlich, er ist ein Snapper. Oh, der hat die lange Hand, Achtung, 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 Achtung. Oh, der hat die lange Hand. Oh, der hat die lange Hand, Achtung, Achtung, Achtung. Ich bin der Mann, Achtung, 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 Achtung. Ja, ich bin der Mann, Achtung, 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 Acht Ich zitter am ganzen Körper, Jett. Oh! Ja! Mein Herz. Oh Gott, ich habe am Schluss, ich schwöre es nicht, ich habe mich schon tot gesehen. Ich schwöre es nicht, ich habe mich tot gesehen. Ich habe diese Shortcut kurz, schnell schlagen, so gesmasht und gehofft, dass er tot ist. Ich habe mit meinen Augen die ganze Zeit nur diesen Lebensbalken angeguckt und gedacht, stirb, stirb, stirb! Äh, Kuss, Trollig, danke für... Ich muss stehen, Alter, mein Herzschlag, Alter. Dicker, dicker, Trollig, danke für 5, Gifted Lenny, danke nochmal für dein T3. Ey, Jett, an jeden Einzelnen, der jetzt gerade am Start ist oder das vielleicht in irgendeinem Clip sieht oder so. Kuss, wir haben es zusammen geschafft. Ich habe es vor, ey, ich habe mir 18 Uhr im Kopf Deadline gesetzt, ich gehe einfach offline. Ich schwöre es, meine Lohne ist so im Keller gewesen gerade. Wow, wow, mein Herz. Ich habe es vor, ey, 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 ich habe es vor